So, ein Bigger als letzte Katze ist hier im Wald und Katman hat uns angecheckt, dass wir zu streamen gehen sollen und uns neue Kraft abholen sollen vorher. Ey, ich hab doch mehrfach Kleber gekauft. Skillen wir erstmal hier noch ein bisschen hoch. Ich hab mehr als einen Kleber geholt, das weiß ich ganz genau. Okay. Jetzt nach unten. Ich kann da nicht zu... ach, ich kann darüber nicht zu coolen, das heißt ich muss fast freiwillig machen. Ja, und hier hab ich auch noch nicht die richtige Person in die ganzen Garagen zu knacken. Boah. Ich will in die ganzen Garagen rein. Ja, rein bis später. So, Kuhnlehr. Here we go. Lemmy Wings. Geil, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stripes und Lemmy Wings? ... und Lemmy Wings with all of your mind. Lemmy Wings, you are coming to the entrance of the Small Encryption. There you must seek out the Sparrow Prince. The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead. The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead. Scrambles. Fast. No, 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 no. We can't do the Super Craig movie before the Human Kite Netflix series, guys. That doesn't make any sense. Well, what about introducing Super Craig in the second Kuhn and Friends movie? That'd be pretty DC Comics of us. Yes, I wouldn't recommend it. Ah, Buttlord, please have a seat. Sorry, guys. Can I have a moment with Buttlord, please? Sure thing. Come on, Fastpass. Right behind you, Mosquito. Ja. Kann ich hier den Headshot aufhängen? Das wäre zu geil. Ah, schade. Kuhnkex. Ja. Edgar's Clue. Jetzt habe ich zehn davon. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich hier nix craften... Ja, geht doch. Swanny... Ah, die geben direkt einen Swanny. Oha. Okay, ja, den habe ich noch nicht. Ich kann zehn von den Dingern craften. Das sind 320... Ich weiß nicht, das sind 200. Brauche ich, aber ich brauche fünf von denen. Und einmal Antidote. Oh, Cassidia. Cassidia, nice. So. Level 14. Was bringt uns... Ach, er ist Level 17. Na ja, gut, das dauert noch ein bisschen. Tja. Ah, ich sehe, du hast meine Alt-Kostüme für speziale Missions. Ich brauchte den Aqua-Suit, als Professor Chaos versucht, einen Drain auf dem Boden des Starks zu spüren. Der Armour-Suit ist etwas, das ich mitbekommen habe, um gegen den Menschen-Kats-Lasern zu schützen, wenn er mich aufhört hat. Interessant. Interessant. Ah, ja. Das Ding habe ich ja schon mal in die Luft gejagt, dann ist alles, dann war das komplette Spiel vorbei. Interessant. Ah, New Kid, take a seat. Ja, ja, ich setz mich ja schon. Buttlord, ich wollte nur euch wissen, dass wir entschieden haben, dass ihr eure eigene Netflix-Serie haben, genau nach der Fastpass-Fox-Miniserie und der 3. Kuhn & Friends United-Movie zu haben. Herzlichen Dank. Okay, okay, well, get out there and finish your goals. Just, uh, wanted to tell you the exciting news. What do you want, New Kid? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Oh, no, 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 you are not going to have three classes. New Kid, no, do not give me those sad puppy eyes. Nobody gets to be three classes. You think that just because you had to live through your dad fucking your mom, you should get all the sympathy in the world, don't you? I'm sorry. I didn't mean to bring that up. All right, all right, fine. If you were going to add another class, what would it be? Ha, 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 dritte Superkraft. Oh. Auch eins mit. Assassin kann es nicht gebrauchen. Ich kann, weil ich hab sowieso viel Psychic am Start. Freunde buffen, Leute einfrieren. Was kann das denn? Oh, ja, one amazing moment for you. You must be excited. Ja. Ich, 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 ich nehm mich den Gadgetier. Wie, wie Tupperware, oder wie? Okay. Mal wieder. Ich hab's ja eigentlich irgendwo. Ich hab's ja keinen. Es wär hart, wenn ihr ja Ui irgendwo wär. In der Vergangenheit. Hm, okay. Zwei Einbrecher und einen Alien. Ja, ich hab' ne Turret Gun. Yo. Yo, wie geil ist das denn? Look, kid, we aren't here to play. Ha, 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 ha. The intruder noted the threat that your gadget presented and swiftly took it out. But you had way more gadgets where that came from. Conception. Ja, das ist es. Ha, 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 ha. An Automaton, shaped in your image. The intruders move closer. Ignorant of the power that lay behind your creations friendly smile. Okay. While the intruders ears were still ringing from the blast. You pull out your next shocking invention. Was ist das denn? Yo, das ist super gut. Die Intruders move in, um retaliate. Die Attacke hol ich mir auf jeden Fall. But your electric device is a gift that keeps on giving. Dieser, das ist ja zu krass, diese Schock-Attacke. Oh, he was able to get in a critical hit. Boah, jetzt kriege ich auch eine neue Ultimate. Mal gucken, was das für eine Ultimate ist. Severe damage. It was time to call your final and most powerful invention to your side. The airborne annihilator. Okay. Eine Drohne. Haha, wie geil. It's in your damn toys. Baba's Spielzeug am Start. Was mit dem Alien jetzt? The alien took you by the hand and led you into a dark room. And that's when you saw that your dad had just fucked your mom. Whoa. Boy, that is pretty tragic, new kid. I'm so sorry. Were the aliens helping you by showing you who fucked your mom? Or were they trying to make you full of rage? You might never know. Das ist immer noch vollkommen behindert, diese Best-Story. Okay. Muss ich jetzt erstmal bei Kräften... ...Hit-Welf wird direkt mal replaced damit. Er ist zu geisteskrank. Jetzt bin ich aber echt jetzt hier. Wie Jana. Richtige Armee am Start. Das muss auch weg. Eine Drohne. Zu krass. So. Das macht nur einen. so. Das macht auf ein Sechser, das macht Vierer, ja, okay. Charactership, jetzt haben wir da ein neues. Ah, 50 Artefakte noch, okay. 40 Kostüme, ja oi, noch zwei, ja oi! Haben wir es geschafft. Hä? Was jetzt gebracht ist, den Strom hier auszuschalten? Ah, ein bisschen zum Spielplatz jetzt, um unsere Ehre zu verteidigen. In den Freedom Ports. Aber... Ich muss noch Tokens, ähm, Schließfach öffnen. Oh, ich hab ja jetzt diesen, ähm, den, den, den Code, den Schließfach-Code von dem. Und dann hol ich noch was in Bibis Haus ab. Und dann mach ich mich auf zum Spielplatz. So... Er müsste aber auch gleich hier drüben sein. Ja, hier. Uh, für den Helm und für das... Ähm... Ähm... Und wer das erledigt. Fehlt noch Bibis Haus. Ich weiß nicht, warum du das so lustig findest. Immer wenn meine Mutter... Als ich klein war, meine Mutter zu viel getrunken hat, war das nie witzig. Es war nie witzig. Jetzt haben wir auch gelacht und so, aber für mich war es nie witzig. Äh... Ist ja aber auch... Digga, wann hast du es mal vorgekommen? Einmal in einem halben Jahr? Oh, das ist jetzt nicht wirklich. Oh. Bibi! Was habe ich in deinem Haus übersehen? Ah, ich glaub ich weiß wie, die wollten kein Selfie machen. Irgendwie weil mein Kostüm keinen Vibe hat oder wie so ein Scheiß. Da war doch irgendwas. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, was es war. Sie muss mehr assertiv sein. Ja, aber... So... Och... Er ist... Wendy und Baby. Natürlich! Ah, okay, wir haben es schon. Vielleicht, wenn du versucht, einen dieser kraftiven Kostüme zu machen, würde ich mich über dich folgen. Okay. Okay, scheiß drauf! Ich kann... Halt's mal, guck dir jetzt mal deine Fresse an. Ich kann dir nicht... Ich kann den Scheiß nicht kaufen. Ah, fuck. Ach, das war verkaufen. So, wo ist jetzt... Da ist das verfickte Rezept! Meine Fresse! Warum wurd's mir die ganze Zeit... Ich muss mehrfach den Store starten, damit's... ... erscheint. Und wehe, ich kann jetzt nicht. Geil. Ey, jetzt habe ich... Jetzt habe ich das Outfit dafür. Aber ich kann das nicht. Ich kann's nicht craften, weil ich nicht genug hab. Okay, das ist halt richtig scheiße, dass ich jetzt nicht genug Stoff hab, um den Shit herzustellen. Du musst mehr assertiv sein. Ja, aber nicht zu assertiv, oder ihr Snow Boss will think, dass sie eine Snow Bitch ist. Halt's mal. Das ist ein guter Vorty, komm ein bisschen näher. Nein. Ich ben jetzt hier den Part, und in den nächsten Part geht's dann zum Spielplatz. Dann gibt's noch mal einen erneuten Fight mit der Tupperware-Gruppe. Haut rein, alle schönen Tag noch, schönen Abend noch, oder was auch immer ihr tut. Viel Spaß dabei. Tschö!